Ja hallo Tag auch, willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir was Feines, ein Kichererbsnagot und dafür brauchen wir ein bisschen was. Und zwar hier so 10 kleine Kartöffelchen, eine Knoblauchzehe, 2 Zwiebeln, eine Zucchini, das sind 2 leckere Cabanossis. Hier ist jeweils ein Teelöffel Zucker und Thymian drin. Dann haben wir hier 500ml Fleischbrühe, eine Dose Kichererbsen, eine Dose Pizzatomaten und Salz und Pfeffer vom Achterhof. Ich schneide das mal klein und dann hole ich euch wieder dazu. Ja hier ist das Ergebnis der Schnippelei. Die Zwiebeln und Knoblauch ein bisschen klein gemacht. Die Kartoffeln habe ich in so Zentimeterbreite Spalten geschnitten, Zucchini auch ungefähr ein Zentimeter und die Wurst klein gemacht. So, ab nach draußen, wir wollen nicht spielen, wir wollen kochen. Ja, draußen hat der 10er Dutch Oven schon mal auf ein paar heißen Kohlen Platz genommen, kommt ein bisschen Öl rein und dann muss ich den nochmal ausrichten, damit er auch gerade steht, damit sich das Öl natürlich gleichmäßig verteilt. Das Gericht insgesamt ist für 4 Personen gedacht und da reicht dieser Dutch Oven völlig aus. Okay, gerade machen und dann geht es auch schon los mit der Brutzelei. Und zwar, als erstes Cabanossi. Die werden wir von allen Seiten richtig schön braun anbraten. Dauert einen Moment, aber den Duft können wir dabei herrlich genießen. Ja, und während die Wurst da so herrlich brutzelt, eine kleine Story zu dem Teller, den ihr da am Anfang gesehen habt. Das ist ein Geschenk von einem Abonnenten, Andreas Hauptner. Danke dafür und weil er meine Dutch Ovengerichte so gerne mag, widme ich ihm noch einfach mal dieses Video und darum koche ich dieses Rezept heute schon, was ich eigentlich erst später machen wollte. Okay, danke nochmal. Die Cabanossi ist jetzt eigentlich schon soweit. Ihr seht, das geht recht schnell, dauert nicht lange, ist auch ordentlich Hitze unterm Topf und die nehmen wir jetzt erstmal raus. Oder das Fett von der Cabanossi, das lassen wir abtropfen, weil da ist der pure Geschmack drin und den brauchen wir jetzt, um den restlichen Kram anzubürzeln. Haha, total sexy, wie die Zucchini da hinein plumpst. Okay, die brutzeln wir auch an, die soll auch leicht angebräunt werden und würzen tun wir die jetzt erstmal mit einem guten Salz und ich habe hier einen Pfeffer, das ist ein Malabar Pfeffer, kann ich euch nur empfehlen, sehr intensiv. Das reicht dann auch schon an Gewürz, was wir hier brauchen. Ach, fällt mir gerade ein, noch ein kleiner Tipp zum Kochen im Dutch Oven allgemein. Ich habe da neulich in der Gruppe gelesen, dass nach dem Kochen im Topf die Patina so herrlich zerkratzt ist. Ich gebe euch mal einen Tipp, nehmt einfach mal Holzbesteck dazu, dann passiert euch das nicht. Aber das nur am Rand. Zucchini ist auch soweit, super. Ihr seht, die ist so leicht angebräunt, das reicht völlig aus und die gebe ich jetzt in eine separate Schüssel zu den Kichererbsen. Die habe ich übrigens abtropfen lassen, einmal durchgespült und lasse sie erstmal an der Seite stehen, weil die später nur noch im Ragout aufwärmen müssen. Jetzt kommen Zwiebeln und Knoblauch da rein und die schwitzen wir dann zusammen glasig an. Aber nur Zwiebeln und Knoblauch, die Kartoffeln, etwas später. Und keine Sorge, die eine Kartoffel da, die habe ich nicht vergessen. Das reicht eigentlich schon. Die Zwiebeln sind leicht glasig. Jetzt geben wir die Kartoffeln dazu. Ihr solltet das auch nicht länger braten lassen, also vor allen Dingen nicht den Knoblauch, der wird euch sonst sehr schnell bitter und das verdirbt euch dann das ganze leckere Essen. Die Kartoffeln, die lassen wir jetzt auch so zwei, drei Minuten ein bisschen mit anbrutzeln und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Ja, kurze Zeit später. Kartoffeln sind ausreichend angebraten, das sollen ja keine Bratkartoffeln werden. Jetzt geben wir von den 500 Millilitern Fleischbrühe ungefähr so knapp 400, 350 Milliliter, sage ich mal dazu. Einfach so viel, dass die Kartoffeln schön bedeckt sind. Und dann kommt der Deckel drauf und wir lassen das erstmal zehn Minuten kochen. Also die Kartoffeln schon mal so ziemlich gut durchgaren. Okay, Deckel zu, kochen lassen. So, gute zehn Minuten später ist es dann soweit. Die Kartoffeln sind so ziemlich gar. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die nicht zu gar kocht in dieser Phase, weil sonst zerfallen die euch. Und wenn ihr dann auch noch mehlige Kartoffeln habt, dann habt ihr dahinter einen richtig dicken Brei. Und das ist dann nicht mehr so schön. Also schmecken tut es auf jeden Fall, aber sieht nicht mehr gut aus. Und das Auge ist ja bekanntlich mit. Okay, jetzt geben wir wieder die Cabanossi dazu und die Pizzatomaten. Das wird ordentlich verrührt. Und dann geben wir noch ein bisschen Gewürz dazu. Werdet ihr gleich sehen. So, würzen tun wir das jetzt hier in dieser Phase einfach nur mit dem Thymian. Klar, muss ja auch ein bisschen leckerer Geschmack da ran. Okay, wir geben den Thymian dazu. Das ist so, ja nicht ganz einen Teelöffel habe ich da reingegeben. Verrühren das Ganze und lassen es dann nochmal so gute 10 Minuten offen köcheln, damit es ein bisschen eindickt. Der Saft dieser Pizzatomaten und die Brühe so ein bisschen einreduziert. Und dann sind wir auch schon fast fertig damit. Ja, Bierchen ist alle. Da muss ich mal eben Nachschub holen. Wird so 10 Minuten dauern. Okay, jetzt lassen wir das wie gesagt offen kochen. Und wie man hier sieht, ist das ordentlich einreduziert. Und die Kartoffeln sind jetzt auch am Ende angekommen. Die sind komplett durchgegart. Jetzt ist der Moment, wo wir die Zucchini und die Kichererbsen dazugeben. Und wie vorhin schon bemerkt, die müssen eigentlich nur noch erwärmt werden, weil die schon gegart sind. Okay, rühren wir unter. Und ich reduziere gleich noch ein bisschen die Hitze unter dem Topf. Da lasse ich dann nur noch so 2-3 Kohlen drunter, damit das nicht mehr eindickt. Und werde noch die restliche Brühe gleich einrühren. Weil so wie man hier sieht, das ist mir ein bisschen zu dick geworden. Aber kein Problem. Irgendwie stehe ich auf diese Farben. Okay, jetzt schmecken wir das Ganze nochmal ab. Ich muss nochmal ein bisschen Salz, Pfeffer dazugeben und eine Prise Zucker. Von dem Zucker, den ich da habe, das ist ganz normaler weißer Zucker. Gebe ich auch, je nach Geschmack, nicht ganz einen Teelöffel dazu. Soll ja nicht zu süß werden. Ja, wenn wir das haben, dann können wir endlich essen. Ach, es sieht einfach herrlich aus. Ja, das ist so das Tolle, was ich so sehr mag am Dutch Oven kochen oder Outdoor Cooking. Man steht draußen, man hat tollen Duft vom Feuer, man hat tolle Farben vor sich im Topf. Und irgendwie weiß man ja fast immer, das kann nur lecker werden. Ich kann euch dieses Rezept übrigens sehr, sehr ans Herz legen. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ja, jetzt haben wir so insgesamt etwas über 20 Minuten draußen geköchelt. Essen ist fertig. Topflappen schnappen und dann wird gefuttert. Leute, das ist ein absolut klasse Gericht. Müsst ihr nachmachen. Los, wir gehen mal ran an den Tisch und dann wird gegessen. Und hier nochmal das sagenhafte Tellerbild. Und nochmals danke Andreas für diesen tollen Teller. Übrigens ist noch ein zweiter dazu gekommen. Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst was läuft, Daumen nach oben. Gebt mir ein nettes Kommentarchen unten rein und abonniert meinen Kanal. Und immer schön an den Nachbarn denken, der muss auch wissen, dass ich gute Videos mache. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Jelly. Ja, bis zum nächsten Mal.